Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Alice Madness Returns. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Das freut mich sehr. Dann können wir ja jetzt in ein neues Abenteuer starten bzw. wir spielen immer noch verstecken mit dem Oktopus. Wir kommen bestimmt gleich Gegner, ne? Das sieht mir so nach Kampf aus. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe ihn gefunden. Und jetzt hau ich schon wieder ab. Ich muss ihn dreimal finden. Das war jetzt zu leicht, meinte er. Ich gucke mal immer, ob ich hier irgendwas finde. Irgendwas verstecktes oder so. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Kann ich da durch? Nein. Achja, die kann ich gleich kaputt machen. Natürlich hier mit unserem coolen Steckenpferd. Goldene Zähne sind auch immer nice. Ja, okay. Da müssen wir gleich hin. Ach du Scheiße. Ich bin zu weit gesprungen. Das war zu weit. Ich starte auch von hier. Das ist ganz lieb. Oh, das muss man echt gut abschätzen. Nein. Ähm. What? Ja, ich weiß. Oh mein Gott. Ja, das wollte ich nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß. Das ist ja richtig schwierig diesmal. Finde ich jedenfalls. Voll unter Zeitdruck. Das ging schon ein bisschen besser. Ich dachte, das darf ich gleich nochmal öfters machen, weil... Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Neh mal weg. Oh mein Gott. What? What, 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 what? Wow. Mein Gott. Wie schnell... Soll ich das denn schaffen? Ähh. Okay, nein! Oh! Das war eigentlich viel zu hektisch. Aber ich habe es geschafft. Kann ich nicht einfach darüber? Was soll ich jetzt ausprobieren? Wahrscheinlich muss ich das machen. Ja, ja, ja! Oh, ich kippe nicht so schnell. Sorry, das ist ja gar nichts für mich. Muss ich den Scheiß machen? Muss ich das machen? Oder kann ich ja... Nein, ich komme nicht rüber. Ich muss den Scheiß also machen. Das ist ja gar nichts für mich. Das ist ja gar nichts für mich. Ich kann da auch drauf stehen bleiben, auch wenn ich das nicht sehe. Aha. Ich muss ganz ehrlich sagen, das wusste ich nicht. Ach so. Das ist verdammt. Ach ja. Ja, lass mich los. Oh, das geht mir viel zu schnell. Das geht mir viel zu schnell. Ich bin noch gar nicht so weit. Ich bin noch gar nicht so weit. Wie soll ich das hinkriegen? Und noch gar nicht so weit? Ja. Ich bin noch gar nicht so weit. Aber wer war auch so weit? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja voll hektisch. Das ist ja... Oh Gott, ich bin so dumm. Ja, komm runter. Das geht ja hier eigentlich. Vielleicht brauche ich nur einmal springen. Aber das hier... Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, ein bisschen hat gefehlt. Was für ein Shit. Das ist ja richtig... Entschuldigung. Aber... Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Lass mich laufen. Ich weiß, wie ich das habe. Ich weiß, wie ich das habe. Ich weiß nicht, wie ich das haben. Ach Gott. Boah, was für ein Scheiß! Nee. Geht leider nicht. Nochmal. Das tut mir leid, wenn das wieder so lange dauert, aber... Das ist ja ein Scheiß. Ich weiß. Ich weiß. Wow! In letzter Sekunde haben wir es geschafft. Gut. Jetzt muss ich nur heile darüber kommen. Also, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Würde ich jetzt selber speichern können, würde ich das tun. Ich habe es geschafft. Das ist schon mal was. Schaffe ich das? Gut. Oh Gott! Wir nehmen mal das Messer. Hoffentlich kriegen die noch mal so ein Part. Man fühlt sich ja doch irgendwie gut, wenn man es geschafft hat. Das muss ich ja lassen. Ist hier irgendwas, wo ich durch kann? Nein. Wir nehmen das Steckenpferd. Wir nehmen das Steckenpferd. Und machen Kapau! Wir nehmen das Steckenpferd. Da sind noch ein paar Flaschen. Und er ist hier nicht. Da bist du! Jetzt hast du mich! Aber nochmal schaffst du es nicht! Er speichert nicht. Er speichert nicht. Ich will das eh nochmal machen. So. Da komme ich her, ne? Ja. Aieieieieieieiei! Nein! Nein! Ich guck mal eben. Das ist nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst! Was? Ich hole gleich. Ich war jetzt so geschockt, dass ich das nochmal machen muss, dass ich nicht treffe. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ach, dreh dich. Oh, schon wieder in letzter Sekunde. Meine Güte. Meine Güte. Eben bin ich da einfach so rübergerannt. Ich dachte, YOLO. Ich dachte, ich probiere das einfach mal. Ich will einen Speicherpunkt. Ich möchte einen Speicherpunkt. Und... Da hoch. Nein! Nein! Ich muss das nicht nochmal machen. Muss ich? Also... Okay. Oh, ich hab schon wieder blöde gedrückt. Ich muss gleiten. Wenigstens müssen wir nicht nochmal das da machen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Inuri. Ja. Ach, ich bin manchmal zu hektisch. Gerade wenn ich irgendwie... Ich wollte gerade sagen. Ich dachte, jetzt wird unser Steckenpferd verpackt. Gerade wenn ich gerade irgendwas Schwieriges gemacht habe, dann bin ich total aus dem Konzept irgendwie immer. Was ist das? Speichert. Dankeschön. Eine Brille. Das Widerwärtige, das aus der Vergangenheit stammt, hat nur so viel Macht, wie die lebendige Erinnerung ihm zugeschrieben hat. Oh, nee. Was macht er da? Nee, es geht auch nicht. Soll ich einfach vor dem Wegrennen? Weil irgendwie... Ja, ja, ich weiß. Nee, oder? Ich bin blöde gerannt. Oh, nee. Was will der? Warte mal, ich muss eben gucken. Von wo aus ist der denn jetzt? Sehe ich das von hier? Ja, ich weiß. Hä? Wie man diesen Gegner besiegt, weiß ich leider nicht. Was ist denn der Hund? Boah, ist dieser Gegner, ey. Ach ja, ist denn der Hund? Nein. ah du schwanz du tschuldigung ich falle gleich runter tschuldigung wenn ich gerade blödes wort gesagt habe und wie soll ich da rüberkommen ich weiß nicht wie man den besiegt nein ach ja 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 bist du dumm auch lass mich doch ja ich weiß nicht wie man dich besiegt ich glaube man kann ich nicht besiegen ich weiß es nicht ich mag das nicht mehr nicht runterfallen nein noch eins es reicht doch jetzt mal echt jetzt oh nein ja ich sehe es ok 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 oh wann hört denn das endlich auf das ist ja schrecklich ich will den ein noch von machen ich weiß ich habe zu lange gebraucht nicht mein part erst das mit den springen dann das hier ich finde das mit den schaltern auch und ich weiß dass die schalter noch ein bisschen öfter kommen ja 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 muss ich jetzt in ich olde ich breed ich Policy Wenn jemand weiß, wie ich diese unsichtbaren Gegner mit den Bomben irgendwie treffen kann, kann er das gerne in die Kommentare schreiben. Ich hab mich keinen Schimmer. Nein. Voll der Hund. Ich will das schaffen. Mit den Regenschirmen, ich dachte... oder die Idee hat mir jemand mitgeteilt. Mit den Regenschirmen geht das aber nicht, dass ich die Bomben eventuell zurückschleidern kann. Aber das geht leider nicht. War eine gute Idee, aber hat nicht geklappt. Darum geht's im Spiel. Einen guten Fang. Hast gewonnen, Sportsfrau. Und keiner ist gestorben. Folge mir in meine Bibliothek. Ich pflege mein Wort zu halten. Gut. Wir gehen da noch mal mit rein. Der Zimmermann hat eine Revue über die Sterblichkeit in Auftrag gegeben. Er pfeift auf Gunst und guten Geschmack. Er will nichts als Heiterkeit, Albernheit und gezügelte Ausschweifung. Das Walross hat seinen großen Auftritt als Tod. Stell dir das vor. Ich werde das Skript zum Theater bringen, die du wohin du willst. Der Zimmermann hat dich bestimmt beauftragt, Fischstievers für den musikalischen Teil aufzutreiben. Der Mann hat kein Gespür für Talent. Manche Fische können singen, aber nicht alle. Aha. Okay. Also bringt er das Skript selber. Na gut. Ich hole mir nochmal die goldenen Zähne hier. Die geht leider nicht. Wir gehen hier durch. Ach, das neue Steckenpferd gefällt mir richtig gut. Es speichert. Zum Glück. Was für ein Part. Und hiermit würde ich erst mal sagen, machen wir eine Spielpause. Das sieht ja creepy aus. Wir sind auch in dem Mund. Na gut. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Also ich bin fix und fertig. War trotzdem ein guter Part. Wir haben es ja geschafft. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Oder lasst auch ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Aber nur wenn ihr wollt. Ich würde mich freuen. Bis dann. Eure Inuri.